Ja, als der vierte Mann muss immer mitspielen, wenn man vierer Squad braucht, das ist Regel Nummer eins von dem Kuckoo-Mann-Gott-Lein. Ja, ja, ich schau dann mal ein. Kuckoo-Mann. Jetzt chill mal ein bisschen. Kuckoo-Gott-Lein, oder? Kuckoo-Gott-Lein. Kann ich gleich mal testen, ob dein Graschen vielleicht behoben worden müssten, Max, endlich. Das war halt schon den ganzen Tag abgegangen, die Gespräche. Schon, oder? Ja. Hast dich schon drauf gefreut. Mhm. Ich hoffe, du streamst schon, ja? Ich hab grad eingeschaut. Mhm. Du musst dann noch mal wiederholen, Michael, bitte. Diese Randgruppe. Fluglugs, klar. Das ist... Was soll das sein? So ein Scheiß. Schau mal die Richtlinie an, darfst du nicht sagen? Ja, das ist ja konstruktives Gespräch da. Du hast ja keine Randgruppe, meine... So keine Randgruppe, ich hab grad gesagt, dass... Das ist eine Minderheit, ganz klar. Es wäre sowieso mal gut, wenn wir nicht im TS wären. Ähm... Im Stream. Was wir mir auch vorne uns geben. Ich hab da jetzt schon alles zu spät dafür. Du mal schnell ins Stream her, dann schauen wir schnell, weil dann schritte ich das wieder um. Nein, das hört man echt voll laut. Ja, das hört man echt zu laut. Ja. Ist ja gut. Das ist also sehr ganz normal, wie wenn man im TS rät. Ist ja gut. Ich hab das schon mal umgeschrückt gehabt. Das ist nicht gut, Aki. Dass man das gar nicht mehr hat. Ja, Content. Und ich hab das schon mal durchgehört, ja gut. Das ist schon mal durchgehört. Damit jetzt wir mal durchgehört, zu machen. Ich hab's denn Ski und ich hab die Kartenhäuser mit den Tualen auf dem Tualen. Ich bin gerade Punkt-Einnehmer für Maxi und schau'n muss. Er kommt eigentlich auf die Idee, als Sekunde-Waffe einen Vorschlaghammer zu benutzen. Er kommt wieder auf die Idee, ist die Frage, okay, los. Ja, aber du musst überlegen, du bist ja im Kampf und hast einfach so eine Vorschlaghammer hinten auf dem Rücken mit drauf. Das behindert sich natürlich überhaupt nicht, oder? Er spricht dagegen. Das Gewicht. Das behindert sich natürlich überhaupt nicht, oder? Du musst einfach die richtige Upgrade, oder? Na, das war das Frische. Dass ich das bei TeamSpeak umschalten muss. Kannst aber bei TeamSpeak überhaupt Bespechleiter leiser machen, sondern Stream ja auch leiser. Hörst du uns zwar nicht, aber ist eh egal. Jetzt ist es, glaube ich, oder? Jetzt ist es, glaube ich, oder? Sag mir was, Aki. Jetzt ist es, glaube ich, oder? Sag mir was, Aki. Jetzt ist es, glaube ich, oder? Sag mir was auch, Aki. Nein, jetzt sehen wir euch noch mal. Jetzt sehen wir euch noch mal, jetzt habe ich es wieder ausgeschaltet. Bei TeamSpeak direkt habe ich es umschalten müssen auf einen anderen Eingang. Bei den Fugbox-Clown-Member. Ja, Aki, Aki, passt schon. Man kann ja ein ganz normales Gespräch führen. Das ist so ein Scheiß. Ja, sagen wir es jetzt. Jetzt scheint jetzt noch wer, oder? Sollen wir starten? Ich kann eh nicht starten. Der Bickel muss starten. Starte den Stream. Schon tausendmal, tausendmal, tausendmal gepatcht. Tausendmal, 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 ta Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das überlegt man leider nicht. Vielen Dank. Ich glaube, du hast einen Input gekauft. Okay. 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 Ich hab ihn. Beide lassen im Einsatz. Kaufe es einfach, einfach kaufen und dann kommt die Meldungnummer. Ja, weil wir glaube ich nur im Game-Warm fahren. Du musst das Soziale kaufen. Das wird's beim Lockdown, da kannst du jetzt das Soziale wieder dazukaufen, also DLC kostet halt was. Da, ich find's first for the one. Der Alfie und der Wulf, die sind die Ohrperson. Wo ist zwei, die sind die Ohrperson? Ich weiß es noch, ich kann es dir auch nicht sagen, weil ich habe einen Ausruf und spiele auch noch mit dem Logitech-Programm, einfach Maximum, weil dann brauchst du nicht so viel bewegen. Die Winkel der Berechnungen arm ergeben 2,8 Maus-Sensisität. Und dann hast du den Ziel-Koreffizienten auch noch gerät. So, wir haben noch ein Blau-Öffizient. Und dann hast du den Ziel-Koreffizienten auch noch gerät. Belebt! 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 Top-Runde! Sind wir 11 da geworden, Prost Mahlzeit! Ich habe auch einen umgebracht. Einer hat dann angefangen mit zu beleben, auf einmal hat er dann aufgekehrt, weil er keinen Bock mehr gehabt hat. Wir waren alle um. Der Akku langt am Mund und geht dann erst zur Saufel. Das ist die beste Idee. Jetzt kaufen wir mal einen Aimbot-Aki mit deinen Paysafe-Scheiße. Bevor du wieder Pornos ausschaust. Alter, das war so krass. Da hast du sogar gesehen, wo die Kastl waren bei der Killcam. Das hat keinen interessiert. Das war bei MB1 teilweise echt Hotcore. Sogar auf der Konsole. Alter, da habe ich heute ein krasses Video gesehen. Da haben sie vier, also das ganze Team, vier Leute, eine Kiste gekauft. Eine der Byestation. Die Munitionskisten gekauft. Da wollten alle Munitionskisten. Ein Sniper hat gesehen, hat auf die Munitionskisten geschossen. Und alle vier umgebracht. Da habe ich gleich an uns dängen müssen. Ja, könnte das legit passieren, sage ich jetzt einmal. Stimmt, Bro Gaming. Ich glaube, wir können mal direkt auf dem großen Haus landen. Was sagt sie da? Nein, wir haben abgelehnt, dass wir alle zu viert auf dem schwulen Turm da landen. Nein, wir haben abgelehnt, dass wir alle zu viert auf dem schwulen Turm da landen. Ich bin oben auf dem Tuch. Ich bin oben auf dem Tuch. Ich bin unten auf dem Tuch. Die Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oben auf dem Tuch. Vorher war es gerade auf dem Tuch. Das haben wir gleich in Ruhe. Vorher war es. Vorher war es. Ach so. Da landet er. Ach so. Was ist der Gegenteil? Ich bin noch zu nahe. Ach so. Ach so. Ich glaube, es kommt auch da. Oh nein. So ein Nachfurt. Sie kommen. Sie sind am Höhen. Drei Leid. Drei Leid. Drei Leid bei der dritten Auffil. Nicht Auffil. Ginge. Das sind drei auf der dritten Auffil Os. Du bist auch schon wieder Ja, ich weiß schon, ich habe die Attack von der Haube geschossen Wir haben zu sehen, Blinks Wo ich bin, glaube ich Ja, geil, der ist gut Kümpte mir sauer nach, der ist raus Er holt sich das Geld gewinnt Wo ist gerade die Hülle los? 13 Sekunden, 12 Ich bin wieder Ja, geil Ja, geil Loader braucht es gar nicht berühren, das ist ein Funkdorfrober Was ist mit dem, dass du mit dem Hüttenmacher gekriegt bist? Das Blinks sind, glaube ich, ungefähr 1000 Leitungen Ich bin wieder Die Blinks sind, glaube ich, ungefähr 1000 Leitungen Das Blinks sind, glaube ich, ungefähr 1000 Leitungen Ich bin ja nicht da, für die ganze Zeit. Hei, ich hab mir loadout gekriegt. Du musst einfach neben die Mauer, dann springen und das loadout da glücken. Geht! 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 Alle frei sind hier, aber was? Oh, da ist einer oben. Wo? Kann ich auch nicht machen. Oh, da sind nur Waffen, aber da ist er eigentlich nicht. Der kommt gleich oben, glaube ich. Oh, da kannst du nicht draufgehen, weil du sind da. Ja. Ah, da ist nur einer gleich in der Zehn drin. Ich habe keine Platten. Was brauchst du? Das habe ich nicht gesagt. Der läuft da nach innenhalb der Mauer. Da, die sind immer noch im Tor. Neue Sicherheitszone gefunden. Ja. 38 Meter da vorne. Okay. Da macht das, da kommt nur einer in der Mitte. Ich glaube, ich bin vorhin zu einer Waffe. Da kommt nur einer. Da ist immer nur ein Knopf, der eine Wirkzeuge am Montieren. Passt. Die kommen wieder wieder. Oder? Nein. Rebirth deaktiviert. Ich gehe nur schnell küsse. Ich komme zuerst. rax. Schleuchte. Ich gehe nur noch die Schweine Diktamine. Ich stelle reflekt. Ich fließe dich dazu. Ich schwache, was ich war so lange am Tag. Ich schwache, was ich. Schauke. Ich springe, dich atom. Ich bließe dich. Ich schwache, was ich zum ersten. Ich schaue, was ich mir realityere. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Verstehst du das eigentlich, was die teilweise sagen, was rennt die für Sprache, okay? Keine Ahnung. Du musst also mal ein paar so russische Sätze lernen, okay, dass wir mal sauber flammen können, wenn wir abgeschossen werden. Da war ich, da war ich. Alter, das war aber ein guter Kill. Oh Gott. Oh Gott. Du bist Alien, was du? Ja, auch schon. Bist du auch Kieschen in das Fick geschlagen? Ja, weiß ich schon. Oh Gott. 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 Es gibt Werden. Du bist dadurch weg. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, lass den Einsatzgebänden. Oh Gott, gedau das. ich kenne mich auch die homer Ich muss nur mehr blocken, nein, nicht prügeln. Ich bin schon irgendwo. Du von uns dann zu fein. Ob du von dann noch? Hauptbahn. Ich habe einen. Cluster. Ich komme, ich komme, ich komme. Da vorne sind auch so fein, dass sie ganz auslässt. Ich habe schon zwei Kilp da vorne. Da vorne in der Tür ist einer drüben, gell? Da vorne in der Tür ist einer drüben, gell? Ja. Die haben ja so ein Tropfen bereits. Da vorne sind zwei, drei Fahrzeugen. In dem Ding waren sie drüben, drüben. In einem dritten Haus. 18 Flotten Aufstorben Die will leben nicht auf dem Jett Wupp Da stimmt nur einer Ich hab da meine Platten geschaut Ja, ich hab da einen gefällt Ich hab ihn schon Ja, geht's Ist es aber nicht Hier ist er frei Hier sind nur 5 Platten Okay Du Was ist das Nummer? Ja Game Okay Nothing can stop me I'm all the way up Das haben wir doch eh nicht Da sind noch Platten Alter, ich hab Diamantis Da vorne ist ein Snyder Das war die Waffenzentrale Haha Ja, wir nutzen Aber glaube ich Ja, ein Einkaufswagen werden clever trocken Schätze ich Ich hab ohne Ja, von oben Von dort Nein Oh, der Treffer Der Max hier hat einen 240 Liter Reisekopf dabei mit 10 Wochensets Was ist aber Ich hab das Dasselbe In họ Ich hab das 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 Ich kaufe nur ein... ...Earthstrike. Gehen wir da oben. Hier sind zwei Platten. Aber ich schätze mal, dass ich es 100 habe. Das ist nur so ein Auto. Ich habe keiner oben da. Im Haus sind sie glaube ich auch. Da oben ist einer drin. Da habe ich gerade einen Lauf gesehen. Sobald die Zone kleiner wird und die das Lauf anfangen, von dem ich einen Airstrike führe. Ich habe davon einen Tracked, zweiter Stock. Ich habe einen Schlag. Ach so. Ich habe einen Schlag. Schmerzen Sie, ich habe einen Schlag. Einer hat sich nicht zu schützen. Ich habe einen Schlag. Ich habe einen Schlag. Du kannst doch schon pushen. Du hast ja was nicht mehr gespawnt. Wir gehen bei der letzte Kreisstuhl. Wann heute ist der Fall? Wann die Eim? Wann wurde das? Wann ist das? Wann, ich bin ein Hitz-Glitz. Wann? Wann ist das? Wann? Bis glaubst du, der Ledgerpick, dass der die Olle Wigg ähmt? Hast du nur was mitgekriegt, wofür Sets, äh wofür Karten, das er gestern noch gehabt hat? Ja. Mhm. Hey, der Thomas hat geschrieben, Grinzschulatz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Angeländer gewesen Innsárigel Was für den Mann gestorben? Weekly Lass Mittel Ich holeaval Ich will den Mund. Aber bitte mit Slowdown. Wir haben noch ein kleiner Geist davon, oder? Wir haben noch ein kleiner Geist davon, oder? Ok, ich weiß nicht, ich blieb mir. Hast du die AX genommen von mir? Ich weiß nicht, ob ich es nicht verletzt habe. Oh, du bist nicht verletzt. Ich bin hier vorne. Ich bin hier vorne. Ich bin hier vorne. Ich fand da nicht mehr weit ist gut Da ist er weg, ne? Die hast du einfach durchgesetzt Wo? Ich hätte mich fast kürzt, der Hohenzahn Er ist cracked im Turm Ich belebe mich Aber ich habe keine Plotten mehr Ich habe irgendein Assist bekommen Ist der dort im Turm? Nein Der lebt wieder im Turm Der lebt wieder im Turm Oh Der hat sie auf mich Der hat sie auf mich Hat sie es noch geplotten? Die haben glaube ich da so eine Barrikade aufgestellt Ganz vorne Ja, ich habe schon einen Ich muss noch einen Ich habe noch einen Ich habe noch einen Der hat sich einfach Ich habe noch einen Ich habe noch einen Ich habe noch einen Und jetzt es ist nur noch zäh, du kannst es schaffen na oh Hilfe ja, Treppenhaus, Treppenhaus nicht hier der Maxi lebt doch ich könnte mal der Maxi lebt doch nicht aber er ist außerhalb der Zone ist zu weit ja der Maxi ist nicht da er ist zu weit er ist zu weit er ist dann wahrscheinlich afk und dann die meinen dass er unten ist glaube ich doch eigentlich schon ja ja, aber sie müssen auch bloß um die Ecken laufen aber gut, das glaubte der legend keiner, dass da einer liegt versorgungsstation markiert versorgungsstation versorgungsstation ja ich zeig mir eckle wenn sie dabei laufen um vier Leute noch da das ist da 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 Das da da Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Gehen wir aufs Ducht oder? Verkündeter Klaster-Schlag näher, Tatsch! Du sanst nicht? Oh, die ist geil, die M.G. Ist die M.G. noch da oder habt ihr die genommen? Ach so, die ist gut. Ja, fast schon. Soll ich die Drohne setzen? Aufklärung einleiten. Drohne erreicht Einsatzgebiet. Oh, das ist gut, ja. Oh, das ist gut, ja. Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Hier ist drüben im Knoster Hotel. Da sind nur irgendwelche Plotten drin. Nein, ich habe keine Plotten. Soll ich das? Soll ich das? Das ist eine Plotten, oder? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das nicht. Soll ich das soいい. Ist das eine große Bratsch, wirklich? Soll ich das so output und nicht. Es ist das so Crossroads. Soll ich das aber mittlerweile, wir werden, dass ich es bist. Hier ist eine Panzerwäsche hier rum, die haben wir markiert. Oh, das ist gut. Ich bin derj Sie haben Loaded Ja, der hat Loadedbekommen, es ist ein Teemo-Gon Sie haben mich entdeckt. Das war, nein, das war auch hinter dir, glaube ich. Ich komme gleich wieder. Ich habe mich geplappt im Westen gesehen. Ich habe mich geplappt im Westen. Ich bin ja nicht geplappt. Fakt ist geplappt. Ah, du hast Dackel nicht geholfen. Oh. Beide gehen her um Diamantiker. Der denkt sich wahrscheinlich, Alter, der ist ein crazy motherfucker. Bulletproof. Gezwickten zu mir. Ich habe mich geholfen. 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 Wo ist das? Oh, das ist die Bühne. Willkommen, man. Oh Ich kann mich da Ich hoffe, mein Ausrüstung Jo, klar, fang weiter Hinter uns Hinter uns kommt gleich einer Achso, 45 Meter da oben Da oben kommt da einer, gell? 22 Meter, 3 Leute 34 Meter, da draußen, wo ich markiert habe, da in die Richtung Feindliche Drohne über uns Ja, wir sind mittig in der Zone, Aki Feindliche Drohne über uns Und? Auszulieb Oh, da hinten war der Dienste Ok Die Pistels sind so krass Die Pistels sind so krass Thomas Flanger wieder selber Das ist einfach insane Die Diamante, die sind so stark Wie government F-2 F-2 Die Hand f-2 F-2 K-1 Unruh T-1 D-1 Ist der Gart oder schon immer da fallen? Echt? Unsinn. Genug aufgewertet. Bereit halten für den Einsatz im Kriegsgebiet. Der Feind nähert sich. Ne, der Sledge hat echt noch gesteckt. Der Sledge ist ja nicht zufrieden. Ja, aber es ist nur ein Upp. Es ist ja nicht zufrieden. Die Jungs gab es ja nicht zufrieden. Das ist doch einfach nicht zufrieden, oder? Es ist doch einfach ein paar Panzerpissen. Ja, das ist nicht zufrieden. Ach so. Ich hab kein Platz. Wie soll das denn? Wieso ist es schocken? Ja, ich hab keinen Platz. Ja, ich hab keine Plätze. Wieso ist es schocken? Ja, der kommt von der anderen Seite. Ja, aber gleich mal hier glückt. Oh, das ist Angst schon hier. Oh, ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Oh, ich bin nicht weg. Oh, ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Highlight. Ich danke dir in den Frontbereich. Oh. Wie bei den Frontbereich. Nachwärts. Und wieder weg. Es sollte sich hinfragen. Die Partbereich zurecht, was wir gut machen. Die Partbereich. Und hervor. Das Strom geht. Zeig keine который. Oh, das stimmt. ulla ist nie mein Status... Achtung! Verbündete Präzisionsluchtschlage in Anflug! Verrückt die Autosammark! Alter, die Autopackern, der muss ja nicht einmal triggern. Der schießt einfach durch mit derer, gell? Hast du die Abschusskinder gesehen? Der Maxi ist auch noch die Versicherung. Versichert. 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 30 Sekunden Alter, der Meister ist ja wieder so die letzte Koffer-Guten Der Miegel lebt auch schon wieder Der Miegel lebt Ufff Der Miegel lebt Aber Dirk Das war's für heute. Das war's für heute. Ich kann die Ecke nicht. Ich bin ja auch so ein vor der Zeit schlussend. Ich bin ja so ein vor der Zeit. Aki, mir fällt es ja gerade auf, du sprichst im falschen Skid, warum machst du dann eh cool da sein? Du musst nicht cool da sein, wenn du nicht spielst. Du musst nicht cool da sein, wenn du nicht spielst. Aber ich gehe ja der ganze Team nicht. Guck mal, ich meine, ich will nur auf und auf. Ich lebe mich. Ja, wir haben mich beim Schott weggeholt mit der Pumpgun. Die Hunde heute gerade aufgenommen, gell? Oh, und was auf dem Weg ist, was du los? Was macht das? Ja! Ja, ich Barsch! Schönen Sie nicht, dass sie eine eigene Handlung fahren. Ich glaube, sie sind die eigenen Handlung von der Firma, aber ja. Was hat das? Ich glaube es ist irgendwie nicht, dass sie eine eigene Handlung von der Firma waren. Ich glaube es sind irgendwie nicht, dass sie nicht die Firma waren. Die würden einfach Munitionsküsten Im Haus Blonde Blonde Ich hab loadout, da hinten liegt nur so viel Zeug. Ich komm runter, da liegt nur so viel Zeug. Da liegt so viel Zeug nur unten, wie gut ich's fangen habe. Jetzt zackt mich ja wieder One Shot weg, mit einer scheiß Pumpgun. Ja. Der liegt loadout. MP, also. Ich komm wieder. Ich kann das nicht nur hinbekommen. Aber ich kann das nicht mehr schief. Ich hab da so viel Leute auf dem Rad da 4 Leute, 1 ist auf dem Dock bei mir 1,10,5 2,5 5 5 4 Das ist nur noch. Ist gern? 29 Meter an das Gebäude drüben. Da ist nur ein Westen herum. Das wird nicht geschnitten. Das ist für heute eine Kängelte. Noch einiger include. Warum? Das wird nicht geschnitten. Wichtig ist was ist diese Kängelte. Das ist für heute eine Kängelte. Das wird nicht geschnitten. Das ist ein Abfall. Das ist ein Abfall. Die Kängelte ist nicht geboten. Alter, wenn wir nicht so gut Zeit hören, dann läuft er wieder an. So lange Friedeweiner. Bei mir ist so viel Zeit. Das ganze Erdschuss ist vorher Platten und Westen. Der Feind nähert sich. Der Feind nähert sich. Ich habe nichts. Der Feind nähert sich. 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 Das ist immer nur ähnlich. Irgendwo durch vorne, glaube ich. Oben. Auf dem Blech, komm doch. Hopp den davon. Oh nein, da kommt nur einer. Scheiße. So, ich hab jetzt doch noch eine Antwort angeschaut. Ja, du sehn, schnitzel. Oh nein. Oh nein. Da bin ich mir fast sicher. B4 oder wie du weißt, ist ein richtig hart bei der AR. Ja. Ich schießt so schnell. Hm. 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 Ja. 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 Halt er jetzt eigentlich schon 2 Millionen Abonnenten oder Follower, der Edo. Weil er will, dass ich doch ja auch das Ende der Rolex kaufe. Jetzt empfinde ich das Android, weil der Shroud auch Rust spielt. Wie das sieht, das sieht auch so richtig kacke aus. Wie machen wir so jetzt letztes Spiel? Wie machen wir so jetzt letztes Spiel? Nur noch zurück. Herr Papji, du hast halt jetzt abgedeckt. Ich kenne die Känke an der Spieldynamik. Ich kenne die Känke an der Spieldynamik. Können Sie wieder denken? Ja, aber im Spiel ist er noch. Oh, da hat er das Tempire eingestellt. Hätte gehabt, oder? Was man gar nicht macht. Nein, jetzt ist er draus. Da hat er noch nicht mehr, oder? Das ist ein Schmuck, da hat er. Ich bin so ein Schmuck, da hat er. Ich bin so ein Schmuck. Wo unten? In dem Ausflug. Alter, da ist der Perfekt-Slowdown-Darky. Pusht gleich auf Stock. Wie schaut's aus? Mates, doch pushen. Das ist hier nur ein Blaster. Du hast den Schied schmissen. Doch, ich brauche noch nicht. Da noch nicht. Das ist die Schiede schmissen. Die Kilo schüttelt. Der Kilo schüttelt. Der Kilo schüttelt. Kilo, Kilo. Der Kilo schüttelt. Oh. Ja, ich nicht. Ich habe noch gesprungen. Ich habe noch mit dem Cluster. Ich habe noch mit dem Cluster. Ja. Ziele aktualisiert. Weiter zum nächsten Standort. Benutze Blendgranate. Benutze Raubgranate. Ich weiß es nicht. Du hättest sogar den Mordchen lassen. Ich bin ein Auto gehört. Ich bin ein Auto gehört. Ich bin ein Auto gehört. Können wir einzufassen? Kommst zuerst zu mir in das Haus. Feindliche Fernleckladung im Einsatzgebiet! Wir kommen gleich zu dir und dann tun wir da richtig weg. Auf der rechten Seite. Wenn der Ziel abgeschlossen, alle vorraten. Auf der rechten Seite. Auf der rechten Seite. Die junge Zieler, die das Tiergeldziel auszuschaffen. Feindliche Drohne über uns. Da ist auch einer drin. Da ist auch einer drin. Ja, wenn du das nur bis August, dann sind wir noch drin. Wir sind halt der Sanker. Ich darf nicht versperren. Ich darf nicht versperren. Ich mache ihn wieder. Leute, das kannst du dir jetzt schon mal nicht sehen. Ja, wie will. Wieder Ausrüstung, Aki, und dann zurück... Achso. Da, Kiko. Na, da, Maxi. Ich finde schon, wie er hat, wie er hat, dass du uns heute verkauft hast. Wir sind mal zu zweit gegen Vierer. Bei uns war jetzt ja die ganze Zeit Schlussverkauf. Ja, warum gibt's denn ein anderes Song? Ja. 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 IPN3. Weil sie gedacht haben, Alter, ein Aki am Schlussverkauf gebe ich mir jetzt nicht. Alter. Ja. Das Foto muss ich dir schicken. Ich hab die Mac-10 auf Insane umgebaut. Schau mal die Mobilität da. Das Anschlag. Keine Ahnung. Die probier auf jeden Fall nächstes Mal. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020